Mein Name ist Feig, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Bergmann. Zuständig unter anderem auch für den Bereich Haartransplantation. In dem Bereich habe ich über 25 Jahre Erfahrung. Wie lange dauert die OP? Eine Operation ist abhängig von der aufzufüllenden Stelle. Die liegt zwischen zwei bis fünf, sechs Stunden. Da es eine Lokalanästhesie ist, wird auch, wenn die Operation länger dauert, auch mal eine Unterbrechung gemacht, sodass der Kunde auch mal was essen und trinken kann.